Wenn wir drüber fahren, irgendeiner hält an. Und wenn der Liga hält, muss ich halt anhalten. So sind die Regeln ungefähr. Und es hat nicht immer so funktioniert. Von dem nördlich gelegenen Skuder führt uns unsere erste Etappe in Albanien nach Gruja. Hier sind seit Müll am Verbrennen. Überall sieht man es immer wieder. Ah ja, was soll man machen mit so viel Müll? Und dann Wasser drunter. Ich glaube die Drini hier, der Fluss glaube ich. Wir haben schon gleich da vorne raus. Super. So. Na jetzt, wer sagt, hey! Hau ab! Hau! 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 Da liegen nur ein zwei Steine auf dem Weg. Kommen wir kurz dritter ran oder? Wir haben auch kurz bevor wir auf die Hauptstraße kommen. Jetzt könnte man sich da mal einen Pulli anziehen. Wie es weiter geht. Kurze Überlegungen. Da oben geht es flach runter. Das ist die Alternativstraße, auf die wir auch gleich gekommen wären. Wir haben dann hinterm Berg auf die Hauptstraße kommen. Jetzt fahren wir alles wieder zurück. Wir haben einen Umweg von mindestens einer Stunde. So sieht es aus. Ich schwänze eine halbe Stunde wieder zurückfahren. Und ein Stück in die andere Richtung entgegengesetzte Richtung. Um jetzt auf der richtigen Hauptstraße nach Kruja zu sein. Wir sind erst einmal links abgebogen auf eine andere Strecke. Da hat uns so ein netter junger Mann gesagt, was machen wir hier? Hier auf gar keinen Fall lang, wo wir denn hin wollen. Da oben auf den hell erleuchteten Bergen. Da irgendwo müssen wir jetzt noch geschehen hin. Es ist halb sechs. Eine Stunde haben wir verloren. Vielleicht um halb sieben, sieben da. Hoffentlich. Gut. Wir werden sehen. Auf jeden Fall werden wir die bestätigensten bei der Stelle. Das müssen wir von der Straße sehen. Wo der Erdrutsch war, mache ich nochmal einen Film. Tschüss. So hoch. Cooler Aussicht. Koko Semayu. Das ist mein richtiger Ziegenpeter. So hoch. Hallo. So hoch. 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 Geiler Aussicht hier oben, im Camping ist es bestimmt noch geiler, heute Abend, bis wir da sind, wahrscheinlich kein Ausblick mehr, weil es dunkel sein wird. Jetzt genau eine Stunde später, also die Straße ist hier auf jeden Fall besser als drüben, aber genau eine Stunde später, eine Stunde nachdem wir vor den Felsbrocken standen. Jetzt können wir uns von oben mal betrachten. Da ist sie. Die zugeschüttete Straße, da sieht man sie. Es gab einen ganz schönen Abrutsch. Da hinten ist Kruja, da wollen wir hin. Hier ist alles dunkel. Da unten geht es, glaube ich, ich stelle den Haar runter. Und hier geht es da bergauf. Aber wir haben nur noch ungefähr 400 Meter auf dieser geschissenen Strecke, die absolut ungeeignet ist, um nachts hier lang zu fahren. Und dann kommt wieder eine normale Straße. Hoffe ich. Sieht zumindest so aus auf dem Navi. Tofa muss der nicht so angreifend aufpumpen. Kommt noch dazu. Und es ist jetzt schon das zweite Mal, dass ihm die Kette runter ist. Läuft wunderbar. Tor verschiebt nur noch. Hier ist Kette, der kennt sich jetzt. Tor ist offen. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, aber egal. Hauptsache, wir können uns irgendwo hinschmeißen. Nach einer erholsamen Nacht erkunden wir heute die Altstadt von Kruja. Darunter die alte Festungsanlage und die vielen Geschäfte der Altstadt. Hinten kann man es näher sehen. Hier ist ein Tor voll. Hinten kann man. Ich bin hier so einem Antiquariat. Jetzt einfach so geile alte Kleider. Das ist jetzt ein altes Amelfunk? Gibt es hier die Telefone? Satelliten-Telefon Guten Morgen, wir haben heute Halloween, oder Reformationstag, den 31. Oktober. 9 Uhr ist es jetzt, wir fahren jetzt Oskroja los. Wir fahren jetzt erstmal ein Stück bergauf, dann wieder viel bergab. Wir machen ein Päuschen in Tirana, gucken uns Tirana mal kurz an. Und dann geht es wieder bergauf, nach Berat und dann wieder bergab. Gut, greif. So, ab jetzt geht es nur noch bergab bis Tirana. Ja, wir sehen uns. Ciao. Joachim Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's für heute. Geil, wir sind auf ca. 500 Höhenmeter bis auf 800 Höhenmeter bis auf 100 So, jetzt geht's gleich bergab. Deshalb Pullis anziehen, dann sind wir ziemlich durchgeschwätzt. Es wird kalt, wenn man runterfährt. Herrlich, der Ausblick. Und die Aussicht, runterzufahren. Das ist schön, das ist hinter der Spitze. Zum runterfahren, meinst du? Das ist okay, das kann ich verkraften. Bis später. Bis später. Allein lauft da hinten. Ich stand schon mal perfekter da, aber es sieht gut aus. Passt aufs Müll. In diese Lücke rein. Haben wir alles? Vielen Dank. Ja, danke schön. Tschüss, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, sehr schön. Also nochmal kurz zur Info. Wir sind gestern hier angekommen. Haben das Schild gelesen. Und hier ist ja so eine Autowaschanlage. Wir haben einen Schock bekommen, weil wir dachten, der Campingplatz ist hier auf dieser Hühnerwiese. Aber hinter dem Haus tatsächlich ein wunderschöner Campingplatz. Und heute geht es weiter nach Berath. 63 Kilometer. Ich habe heute früh um 10, glaube ich, so ein drehendes Lamm da gesehen. So was. Dann hatte ich da mal richtig Bock drauf. Jetzt bin ich extra angeheilt, um davon zu essen. Und jetzt gab es nicht das Lamm, sondern halt andere Lamm, weil das für heute Abend ist für eine geschlossene Gesellschaft. Aber es war trotzdem sehr lecker und nahrhaft. Wir sind da. Ich bin gespannt auf die Stadt der faunen Fenster. Wie gut, dass es hier immer so nette Menschen gibt, die einem sagen, wo man langfahren muss. Wir sind jetzt oben auf dem Berg. Hier ist das Castle. Hinter den Bäumen sieht man jetzt gerade nicht. Aber da ist ja dieses Schloss, wo uns der Typ, wo ich vorhin noch gesagt habe, wie cool, dass es Leute gibt, die uns sagen, wo es lang geht. Ja, der Typ wusste halt nicht, wo wir hinwollen. Der wusste, aha, guck mal, da sind Touris. Die wollen bestimmt aus Castle hoch. Hier müsst ihr lang. Wir hätten aber auch superschön flach außenrum fahren können. Ja, und jetzt ist halt die Überlegung. Haben wir gerade Bock, das Castle zu besichtigen? Eigentlich nicht. Aber eigentlich müssen wir es fast schon machen, weil sonst müssen wir morgen wieder hochfahren. Ich fahre morgen noch mal hoch. Ich fahre morgen noch mal hoch. Ich fahre morgen noch mal hoch. Okay. So, im Sauseschritt geht hier den Berghinger ab. Aber schön ist es schon. Ich glaube, ich bin nicht ernsthaft, dass ich hier morgen noch mal hoch fahre. Vielleicht laufe ich hier hoch. Vielleicht laufe ich hier hoch. Aber ich will Fahrrad. So, vielleicht kommt euch dieser Berg bekannt vor. Das ist das besagter Berg, den wir gestern runtergefahren sind. Und hier lassen wir hoch. Juhu. Und rum. Damit wir uns das Castle angucken können. So, als wir es spielen lassen. Oh-oh-oh-oh. Wunderbar. Das ist so schön. So. Ich bin sicher. Ich bin sicher. So, wie war's geworden ist. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Sie machen gerade einiger Lage. und grüßen eine krasse auswahl an tomatensoßen und pesto und nudeln also ich glaube so als alternative zu genau super scheiße hast du jetzt vergessen? mein Fahrrad ist doch aber immerhin muss es direkt hier sein ja, es ist gut, oder? ja, es ist gut, oder? ja, es ist gut